Wir wurden um 4.07 Uhr heute Morgen alarmiert mit der Doßtage Wohnungsbrand. Die Leitstelle bestätigte uns, dass die Bewohnerin von Rauch aus dem Dachgeschoss sprach. Auf der Anfahrt haben wir schon eine Rauchentwicklung gesehen. Beim Eintreffen an der Eimerstelle haben wir gesehen, dass es im ersten Obergeschoss die Flammen schon aus dem Fenster schlagen aus einem Zimmer. Die Hauseigentümerin als Bewohner hat vorbildlich reagiert, hat alle Bewohner im Haus, insgesamt 7, sofort aufgefordert, das Gebäude zu verlassen und hat die Feuerwehr hervorragend eingewiesen. Dadurch konnten wir unsere Maßnahmen möglichst schnell durchführen. Wir haben das Feuer jetzt aus und sind jetzt mit Belüftungsmaßnahmen dran. Zurzeit sind hier Aufräumarbeiten am Laufen. Vier Bewohner, davon wurden unter zwei Kinder aus der Brandwohnung, wurden vorerst ins Krankenhaus gebracht. Und die anderen Bewohner müssen wir mal sehen, ob das Gebäude noch bewohnbar ist oder nicht. auch nur über Trankhaus. Wenn es dort gibt, dann Templar im Haus. Und das ist nicht nur durchführen. Und das ist nicht nur so, dass wir uns im ZD-Lang essen appealern, weil es nicht nur so, dass wir uns auf einem Laufen sind, wozuverstehen, dass das alles gut sich stattfindet. Das ist nicht nur für Leute. Das ist nicht nur für Leute, die meisten dafür geschmmern, sind heute halt alles in der Zeit. Das ist nicht nur für die Zeit. Aber die Zeit braucht für sie durchführen. Vielen Dank.